grüß euch was geht jetzt gehts auf zum Badesee nach Seeboch da ist es heute Puffcamp das heißt Seebochum ich baddeln ich habe es jetzt einmal probiert das Baddeln mit dem Surfboard und ich muss sagen es ist schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe wirklich 90% sagt der Trill-Sashen mag es, es sind Baddlerarbeit wir wollen hin, baddeln, anbaddeln immer dumm baddeln es ist viel, viel Baddler naja, dann schauen wir es uns an jetzt ich habe es normal wir sind zu dritt da drückt sich ein Das ist ein Knackel, gehst du noch vom Fußballspielen. Bleib so. Ja, jedenfalls ist es wurscht. Das ist mein Brädel und ich geh's jetzt an. So lange ist es auch nicht. Und so it goes, and so it goes, and so it goes. Slos your mind, 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 mind. Ausstrengend. Alles solltet. Alles solltet. Dankeschön. Danke. Das ist ein Klappang, oder was? Was ist das für? Das ist ein Klappang. Klappang, oder? Klappang, oder? Klappang, oder? Musik